Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis Core Final Fantasy 7 Reunion. Okay. Oh yeah! Resolve. Activating combat mode. Touch. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Activating combat mode out of the way! Oh yeah! 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 Okay, dann geht's up. Hmm, das war's. Shit, okay. Bizarre. Hollander, du kannst nicht nachvollziehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe es geschafft. Oh, yeah! Oh, yeah! Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? And deal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angels' wings. I see. Then what should an angel fight for, Zack? What do angels dream of? And deal! Angels dream of one thing. Please, tell me! To be human. Oh! 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 Oh-do! Oh-do! Defend yourself! Huh? Oh-do! field 가지고 This has been a house to showrun Ich glaube, wir haben wieder ein Kapitel geschafft. Ich möchte ein Freund helfen, aber ich weiß nicht, wie ich es kann. Hallo? Mom? Hallo? Hooray! Hey! Heaven? Not quite. Es ist eine Kirche. Hm? Ein Engel? Nein, ich bin Aerith. Du schiefst aus dem Sky. Huh? Das hat mich erschreckt. Du schiefst mich, oder? Nicht wirklich. Hallo? Das habe ich alles gemacht. Danke sehr, Aerith. Ich bin Zack. Ich muss dich irgendwie verabschieden. Keine Ahnung. Nein, nein. Hm. Aha! Hey! Wie ist ein Date? Was ist das? Keine Ahnung. Das war mir. Oh! Neh, nicht auf die Blumen. Entschuldigung? Auf? 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 Sie sind nur hier, aber ich habe einige von mir aus meiner Haus geplanten. Wenn ich dich wäre, würde ich sie verkaufen. Midgar ist voll von Blumen. Dein Wallet ist voll von Geld. Midgar ist voll von Blumen. Wallet ist voll von Geld? Ich habe nie gedacht, dass ich das so nicht gedacht habe. Der Exit? Der Exit? Der Exit? Der Exit? Dann schau mal die Blumen. Ein bisschen mehr. Die Exit? Die Exit? Der Exit ist nicht so. Da ist ein bisschen mehr. Ja, das ist nicht so. Da ist ein bisschen mehr. Rauben, Meistergegenstände auf Meister und Analyse, Gravika, Gravitas, Meister und Analyse, Meistergegenstände stehlen Meister und Analyse. Okay. Das war's für heute. Are you always here? Yeah. So, where are you going? Hmm. Don't know. I'll take you. Woher? Hmm, weiß ich nicht. Du willst einfach mehr Zeit mit mir spenden. Ja. Huh? W- We're... under the plate, right? Sector 5. The slums. Ja. Main Street's over... that way. There's lots of people. And you can go above. Ah. Well, I should be good once I make it there. Alright? Lead the way. Okay, let's go. Most people who live in the slums... don't have nice things to say about Shinra. I mean, how could they? None of you Shinra people care at all about the people who are living underneath the plate. Hey! 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 Das ist ein Ventrum. Ah! Monsters! Oh, da sind wir. Ah, wir gehen! Nehmen Sie sich nicht. Ich schütze dich. Ich habe das. Du hast das? Oh, ja. Bleib zurück, okay? Activieren Combat Mode. Halt! Take that! Halt! Konflikt resolved. The End! Oh, yeah! Du bist fantastisch. Du bist so stark. Stark. Wie ein Monster, oder? Zack, was ist falsch? Nichts. Jetzt, wir gehen. Hey, ich sah gut, oder? Okay. Hmm. Hmm, what? Dunno. Come on, flatter me! All right, Zack. Let's go. Uh, hello? Okay, Aerith speeds in my country. Okay. Hey, wait. Hey, wait! Wait! Wir sind ja. Ja. Hmm. Was ist falsch? Die Slums. Sie sehen einfach wie eine andere Stadt. Natürlich. Viele Menschen leben hier. Hey, in dieser Garten gibt es ein Markt. Es gibt so viele großartige Schäfte da. Es ist ein bisschen Stuffy hier. Du bist okay? Ich weiß warum. Es gibt keine Schäfte hier. Wir brauchen nicht diese Schäfte. Du bist immer unter dieser Schäfte. Du normalerweise vermisst du den Sky, nicht? Entschuldigung. Ich bin nicht normal. Wie ist das? Der Sky mich schützt. Wie es mich schützt. Weird, nicht wahr? Normal ist überrated. Du denkst so? Ich weiß. One day, ich zeige dir ein schönes Schäfte. Es wird nicht schrecklich sein. Es wird nicht schrecklich. Ich glaube, Sie werden es lieben. Hm. Hey, warte. Hey, warte. Ah. Ja. Es ist ein interessanter Ort. Ja. Willst du schauen? Oh. Oh. Sorry. Be careful, huh? Okay. Sorry again. Man, das tut. Huh? Wait. What the? What's wrong? My wallet's gone. My wallet's gone. Oh no. Oh no. That little brat. He just stole my wallet. Aerith. Wait here, okay? I'm gonna go catch that kid. I'm gonna go catch that kid. And get my wallet back. Bruno's. His name. Bruno? You know his name? Yeah. I know him. Just a little. He doesn't do things like that. But. If he really stole from you, I'm sure he had good reason. Hey. I'll go look for him. Zack. You wait here. Hmm. All right. I'll wait here. But. I'm pretty antsy. Yeah. I know. That obvious? Theft is theft. No matter the reason. I'll have to give him a good scolding. Ugh. That's it. It's my wallet that was stolen. I'm gonna look for Bruno too. I think he went that way. We're still setting up the number guessing game. If you need materia, you've come to the right place. I am a carpenter that travels all over the world. Hmm. I keep my materials here. So hands off. Anything from gifts for your loved ones to common everyday use items. If you need accessories. Oh. Are you looking for someone? This exit leads to the path to go above the plates. It's possible he went that way. Hey mister. You look pretty busy. You. You. Oh. No. Never mind. I'm just a Shinra trooper on patrol. No. 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 Personalmeldung des Soldatmitglieds Zagfair wird mit sofortiger Wirkung zu einem Rang ein Soldaten gefördert. Liebe Endgill-Freunde, heute wenden wir uns der traurigen Angelegenheit an euch. Uns erreichte die Nachricht von Angels heldenhaften Tod im Kampf. Die Waldläufer werden sich folglich auflösen. Wir danken euch für die langjährige Unterstützung. Als Sitzveranstaltung werden wir eine Trauerfeier in der Nähe der Kirche abhalten. See ya! Zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Lass uns zusammenkommen und Angels Seelen heil bieten. Da dies unsere letzte Zusammenkunft wird, freuen wir uns über zahlreiches Erscheinen. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen im Schatten von Midgar, das auf einer gidentischen Plattform in der Luft schwebt, liegen die Slums, ärmliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Kehrseite Shinra's. Richtend zufolge sollen Kinder, die diese harte Gegend hier zuhause nennen, sich dort zu Gangster anschließen. Wenn wir diesen Umstand ignorieren, wird sich das sicher auf die künftige Wachstum von Genra auswirken. Ich hoffe, dass wir Soldatmitglieder uns erheben und mit dieser Kehrseite auseinandersetzen. Eine erfreuliche Nachricht. Unsere Mitglieder haben die von Genesis verbrochenen Thesen bezüglich des letzten Acts von Loveless in einem Buch zusammengefasst, das von uns auf eigene Kosten herausgegeben wird. Da dieses Buch Grundlage unseres nächsten Loveless Symposiums wird, können wir alle Mitgliedern des Arbeitskreises den Erwerb nur wärmstens empfehlen. Okay. Hi. Did he go out from here? Hey, you there! Did a kid come running this way? A little boy? A little boy? Dunno. Although, children never come this way. I see. Got your pocket pick, did you? Huh? Happens all the time here. But, you're gonna have a hard time finding the thief on your own. Ask folks around here nicely, and they might help you. Yeah, that's a good point. Right. I'll ask around here, for starters. Let me think. I just saw a boy running frantically by the accessory shop. Excuse me. Welcome. What do you need? No, I'm not shopping. Alright. I'm looking for a kid named Bruno, who took my wallet. Maybe you've seen him around? He looks like this. Never seen him. But, I'll keep an eye out. You're the man! Thanks! Where did he go? There he is! Hey, mister! That's him! Get him! Whoa, whoa! This kid's pretty fast. Hey! What's the deal? Ugh, he's gone. Yeah, sorry. I'm really not that quick on my feet. You had no intention of chasing him. No, that's not true at all. Come on, man. Zack! Hey, Aerith. Did you find him yet? Not yet, but... Give me time. Please? Let me think. I am a carpenter that travels. Excuse me. Got a minute? What is it? I'm looking for a kid named Bruno, who took my wallet. Maybe you've seen him around? He looks like this. Sure, I'll help you. Bruno, you said? Yeah, no problem. You're the man! If you see him, it'd be great if you could catch him, too. Where did he go? There he is! Hey, mister! That's him! Get him! He got away! I did try to grab hold of him. Unfortunately, he managed to steal my most prized materia. And well, once he used it, there was no chance. You, too! You didn't even try to chase him. Come on, now. That's not true at all. Come on, man. I wonder if Aerith is still looking. All by herself. Hmm? Hey, kid. Was it you who took my wallet? By any chance? Oh, come on! You saw! I've been here the whole time. Oh, yeah. You're right. I'm sorry. It's fine. You got pickpocketed, right? If you're looking for the guy, I'll help you out. Well, I have some leads I can give you, but you have to give me a potion in exchange. You're a broker? You can't get something for nothing, mister. But trust me, my information's good. Thank you. Oh, hey! He's right behind you, mister! Huh? What gives? He's gone! Hey, if you know where you might go, tell me. Huh? I just gave you some information. If you want to know more, give me another item. Give me a break. Thank you. Oh, look! There! Really? Uh, where? Hey, kid. That wasn't the information you just sold me, was it? Hey, you catch on fast! Are you ready to buy some more? Not on your life! Come on, man! Oh, I see. I'll come back. Hm? Hey, Aerith! Zack! Did you find him yet? Um, no. But, give me more time. I'll find him. I'm going to stay. Bye. I don't want to be. Hey there, I'm looking for someone. A little boy, named Bruno. Yeah, I know Bruno. You must find him badly. I'll bring him here for you, okay? You will? Yeah, stay right here. All right, I'll be waiting That's it How far did she have to go? Huh? Hey, that's the kid who took Oh, no, you talked too soon You know, I was just about to catch him Weren't you trying to help him get away? No, I wasn't That's so mean Come on, man Zach Hey, Aaron Did you find him yet? That boy Is really fast What then? Zeitpunkt That's Eris Needs to say that Eris, how goes? Zach There's no need to look so worried It's just bad luck Hey, why don't we look together? But Don't worry about it I'm not gonna yell at him straight from the top I'll ask him why he did it And I'll forgive him if it was for a good reason Really? Yes, really Okay Let's go look Yeah But We still have no leads If Bruno Needed money He should still be around here Yeah Then You stay here And keep an eye out I'll go take a look around town Let's try that Okay? Okay Hey, mister You look pretty Oh You found the boy You were looking for Ah-ha I found you Whoa Okay No more running Finally All right You know what you did was bad, don't you? You should never steal from people Zach It Because It's very, very wrong Now Tell me why you did it None of your business What you Bruno Did you really steal? Yes I see So Why did you do that? You know Aerith believed in you No matter what I said She insisted you're a good boy You can shut me out But tell Aerith the truth Do you need money? Do you need money? Tell me why? I need medicine But My wallet Was eaten by a monster That's why I took this guy's wallet I thought If he's your friend He might give me a break Bruno This was bad You know that Don't do it again Okay 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 Good Now we're friends again Zach You agree? You believe in him So Yes Thank you I'm sorry But You need medicine Right? Yeah It's for my grandpa Really? Leave it to me But it's Dangerous Don't you worry Monsters around here Are cake Okay But I'm going to No It'll be fine Just let me handle it Stay here And wait with Bruno The monsters Should still be on the path That goes to the park I think Here Take back your wallet I think you're going to need it Oh man Schauen wir doch mal Oh man The park is This way Hey you Get back inside the gate now Monsters Coming out of the park In droves The park Alright That's gotta be them It's not alright Everyone's fled It's dangerous You have to turn back now Sorry but They owe me some money So I have to go over and collect What the hell are you talking about guy Relax relax Don't worry about me You know You should get behind that gate yourself Stop Here we go This is them Bruno's wallet Here I come Activating combat mode Oh man This is my last thing But I'll be there This is my last thing I'll be there I'll be there The one You should break Oh, hier sind wir. Ein Wallet. Ist das Geld noch... in der Mitte? Wow! Das ist viel mehr als ich habe. Wow! Du hast es wirklich zurückgebracht. Wunderschön! Ugh, es ist so schick. Stopp'n zu schweigen. At least du es zurückgebracht hast. Zack, bist du okay? Kein Problem. Ein Stückchen. Vielen Dank, Herr. Call me Zack. Wenn du mehr Hilfe brauchst, fragst du. Du musst nicht mehr holen. Hm, danke. Aber du hast größer Probleme als ich. Well, vielleicht so. Aber hey, nur du warten. Wait. Aerith und ich, wir werden ein Fortunes machen. Huh? Wir launchen Operation Midgar Full of Flowers, Wallet Full of Money. Yes. Midgar Full of Flowers and Wallet Full of Money. Aerith, for real? Ja, for real. A Flower Wagon. With a wagon to carry lots of flowers, you could sell them all over Midgar. Hmm. Oh, not feeling it? No, no, it's great. Let's do it. Dann gleich mal schauen, dass wir noch einen Pass bekommen haben. Ich habe mir sagen lassen, dass das Lieblings-Shirt von diesem Holländer das Logo der berühmten Banora-Apfel-Kompott-Dosen ziert. Ob der Typ wirklich so versessen auf Äpfel ist? Oder hatte der auch seine Finger bei dem im Spiel, was Banora abging. Unser Arbeiten in der Forschungsabteilung waren regelmäßig Desaster. Im abteilungsinternen Machtkampf unterlag er, wurde auf allen bedeutungslosen Posten runterbefördert und hat sicher einen tierischen Heilsaufschirmwaren. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Hmm. Ob das T-Shirt wohl als Stressausgleichsdienst? Wir berichten heute Abend von der gestrigen Gedenkfeier, auf der die versammelten Mitglieder gemeinsam aus Loveless lasen und für Genesis' Glückseligkeit im Jenseits beteten. Der eigens für die Veranstaltung angefertigte Apfelschmuck fand reißendem Absatz. Damit auch diejenigen, die nicht an der Feier teilnehmen konnten, sich daran erfreuen können, bieten wir den Spuck ab sofort zum Versenden an. Interessen wenden sich bitte an diese Adresse, solange der Vorrat reicht. Dann speichern. Und wie es weitergeht, das seht wir beim nächsten Mal. Bis allen, euer Gentle. Bis allen, euer Gentle.